Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen bei TommiHawkTV. Ich bin Tommi und heute starten wir die Football-Saison 2018 und fahren zu einem Spiel der Bielefeld Bulldogs. Mein Plan ist es, dieses Jahr so viele Football-Spiele wie möglich zu sehen. Alle hier in der Region findet ihr unten auch in der Videobeschreibung die Termine, wo ich hin will. Und ja, heute starten wir mit dem Spiel der Bielefeld Bulldogs, ist bei mir ja hier direkt um die Ecke. Aber zunächst einmal warte ich noch auf meinen Kumpel und muss jetzt noch ein Paket verschicken, denn das liegt hier noch rum. Dieses Paket ist bereits verpackt, aber das hält nicht richtig und liegt auseinander. Dementsprechend muss ich das jetzt nochmal ein bisschen auffüllen und ja, neu verpacken. Wir haben ja ein Video gemacht über die ganzen Draft Caps und ja, die schicke ich dem Patrick jetzt wieder zurück. Eins behalte ich und das ist Who Day von den Cincinnati Bengals, einfach weil ich noch keinen Cap von den Bengals habe und weil ich den Spruch hier ganz cool finde. Das war's, das war's. Alles klar, kein Problem. Das Spiel geht eher erst um 6 Uhr los. Alles cool. Alles klar, bis gleich. Tja, so ist das manchmal. Jetzt dachte ich, ich muss mich beeilen, aber mein Kumpel ist gerade erst aufgestanden. Es ist 16.40 Uhr. Das Spiel geht um 18 Uhr los. Eigentlich wollte ich mal um 16.30 Uhr los, um ein bisschen früher da zu sein. Ja gut, jetzt kommt er wahrscheinlich so um 17.10 Uhr. Dann fahren wir los. 17.30 Uhr ist auch noch vollkommen in Ordnung. Also, Pakete verpacken gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, aber da mein Kumpel jetzt zu spät ist, kann ich jetzt das Paket erstmal wegbringen fahren. Erst dann gewaschen, ne? Jetzt sind hier überall Pollen drauf. Wack und Freude auf. Wack und Freude auf. Wack und Freude auf. so ich habe das paket wird gebracht ich habe ein bisschen was eingekauft ich war bei der sparkasse und habe geld geholt jetzt fehlt eigentlich nur julian was passiert ja ich war um 9 uhr das erste mal war ja ich bin um ich bin um halb zwei aufgewacht und dachte das ist schon spät parkplatzsituation ist nicht gerade die beste hier ich glaube das spiel geht schon los nach er zumindest ein bisschen was? ja weniger als 10 minuten ja 10 minuten noch, alles easy, alles easy und ich bin mit dem, 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 ich bin Musik Herrliches herfordern, nicht wahr? Nee Musik 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 Und, schmeckt das herfordern? Ja Das ist wirklich was anderes Das ist herfordern Weizen Meinst du, die haben sowas? Ja, ich weiß es sogar Weißt du sogar? Nein, ich hab keine Ahnung Ich vertraue dir, dass es kein herfordern ist Na gut Es schmeckt ganz gut Es ist Cincinnati Bengals Beer Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.